So, heute geht es mal wieder um Serienmörder, und zwar um sieben Stück, von denen ihr sicher den einen oder anderen noch nicht kennt. Bitte denkt daran, ein Like dazulassen und abonniert noch schnell den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Im November 2004 verschwindet die 64-jährige Mitra Simianoska aus Korpir in Mazedonien. Zwei Monate später wird ihre Leiche gefunden. Sie wurde gefesselt, extremer Gewalt ausgesetzt und erwürgt. Wie bei der Autopsie festgestellt wird, ist sie erst höchstens seit zwei Wochen tot, obwohl sie bereits zwei Monate zuvor verschwunden ist. Das heißt, sie muss mindestens sechs Wochen lang in der Gewalt des Täters gewesen sein. Die Polizei findet keine Spur auf ihren Mörder, doch in der ruhigen Gegend, in der es zuvor nicht viele gewalttätige Vorfälle gegeben hat, hat gerade wenige Monate zuvor ein anderer Serientäter für Aufsehen gesorgt. Dass nun erneut ein Mord geschehen ist, interessiert die Medien besonders. Der Journalist Flado Taneski befragt mehrere der Freunde und Angehörigen von Mitra und schreibt einen umfangreichen Zeitungsartikel über die Tat. Drei Jahre später, im November 2007, geht die 56-jährige Ljubit Charlie Koska zum Einkaufen und kehrt nicht zurück. Ihre Leiche wird am 3. Februar 2008 gefunden und auch sie ist zu diesem Zeitpunkt erst seit wenigen Tagen tot. Zuvor wurde sie, genau wie Mitra, verschiedenen Grausamkeiten ausgesetzt und das offenbar fast drei Monate lang. Nur wenige Monate später, am 7. Mai, erhält die 65-jährige Sivana Temelkoska einen Anruf. Ein Mann erklärt ihr, dass ihr Sohn in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Sivana macht sich sofort auf den Weg dorthin, kommt aber nicht an. Ihr Sohn ist auch gar nicht im Krankenhaus. Neun Tage später wird ihre Leiche gefunden. Sie wurde wie die beiden Frauen zuvor misshandelt und erwürgt und sie ist mit einem Telefonkabel gefesselt. Da der Täter wusste, dass die Frau einen Sohn hatte, besteht die Möglichkeit, dass der Täter in ihrem Bekanntenkreis zu suchen ist. Zwischen den drei Opfern bestehen weitere Gemeinsamkeiten, denn sie haben alle als Reinigungskräfte gearbeitet und kannten sich untereinander. Doch weitere Anhaltspunkte gibt es nicht, bis der Polizei schließlich einige Artikel in der Zeitung auffallen, in denen es um die Taten geht. In den Artikeln werden Details preisgegeben, die sie selbst noch überhaupt nicht an die Medien weitergegeben hatten und die sie als Täterwissen einschätzen. Darunter zum Beispiel die Information, dass das letzte Opfer mit einem Telefonkabel gefesselt war und auch damit erwürgt wurde. Die Artikel wurden alle von dem 56-jährigen Journalisten Flado Taneski geschrieben, der auch damals bereits Mitras Familie interviewt hatte. Er wird mehrfach befragt und die Polizei hält ihn für äußerst verdächtig und nimmt eine DNA-Probe von ihm. Nachdem dieser ein Match mit den an den Deichen gefundenen Spuren ergibt, wird Flado am 20. Juni 2008 verhaftet. In seinem Haus werden eine Menge Beweise gefunden, darunter zum Beispiel die gleichen Seile, die zum Fesseln der ersten beiden Opfer verwendet wurden, sowie einige persönliche Gegenstände der Opfer. Flado, 1952 selbst in Kisevo geboren, ist von seinen Eltern regelmäßig misshandelt worden. Nach der Schule wird er zunächst Metallarbeiter und geht für eine Weile nach Kroatien, wo er seine Frau Wessner kennenlernt. Beide interessieren sich sehr für Literatur und während Wessner Jura studiert, beginnt Flado ein Journalismusstudium. Nachdem er mit Wessner zwei Kinder bekommt, geht er mit seiner Familie nach Kisevo zurück. Anschließend arbeitet er dort für mehrere Zeitungen. Doch Flado und Wessner haben Probleme in ihrer Ehe, die sich nach dem Tod von Flados Mutter weiter verschlimmern. Im Jahr 2004 trennen sich die beiden und Wessner geht mit den Kindern nach Skopje, während Flado in Kisevo bleibt. Dort begeht er noch im gleichen Jahr den ersten Mord, der ihm zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Flados Mutter ist ebenfalls Reinigungskraft. In einigen Berichten wird es so dargestellt, dass sie ebenfalls alle der Opfer persönlich kannte. Andere Artikel behaupten hingegen, dass sie ihn allen sehr ähnlich gesehen hätte. Nur drei Tage nach seiner Festnahme wird Taneski tot in seiner Zelle aufgefunden. Er ist in einem Wassereimer ertrunken und es gibt keine Fremdeinwirkung. Durch seinen Tod bleiben genaue Details zum Ablauf der Taten leider sein Geheimnis. Er wird verdächtigt, im Jahr 2003 einen weiteren Mord an der 73-jährigen Reinigungskraft Gorika Pavleska begangen zu haben. Lin Guo Weh wird im Jahr 1971 in Hongkong geboren, wo er auch aufwächst. Er hat nur fünf Geschwister, doch seine Mutter hat die Familie verlassen, als er erst drei Jahre alt war. Als Kind fällt er dadurch auf, dass er Tiere quält. Dann bricht er die Schule vor dem Abschluss ab und arbeitet in wechselnden Jobs, die er oft verliert, da er häufig Probleme mit seinen Chefs und den anderen Mitarbeitern hat. Auch mit Frauen hat er kein Glück, er wurde bereits mehrfach sitzen gelassen. Seine Leidenschaft ist es, viel zu schnell im Auto herumzurasen. Am 24. April 1992 ist der 21-jährige Lin betrunken auf der Autobahn unterwegs, als er von einem Taxi überholt wird. Im Taxi sieht er eine junge Frau, die ihn an seine Ex-Freundin, die sich erst kurz zuvor von ihm getrennt hatte, erinnert. Spontan nimmt er die Verfolgung auf. Die Frau steigt an einem Apartmentkomplex im Joy Village aus und geht in das Gebäude. Lin geht hinterher und beobachtet die 19-Jährige unbemerkt, während sie auf den Aufzug wartet. Als sie in den Aufzug steigt, rennt Lin hinterher und verschafft sich ebenfalls Zutritt, bevor sich die Türen schließen. Im Fahrstuhl zwingt er die Frau zu bestimmten Handlungen, wirkt sie und flüchtet dann mit ihrer Handtasche. Sie überlebt den Vorfall, doch aufgrund des Schocks, den sie hat, kann sie Lin nicht gut beschreiben. Zwei Monate später überfällt Lin erneut eine Frau. Eine Kellnerin, der er im Dorf Kanzing auflauert, als sie dort nachts aus dem Taxi steigt. Sie überlebt den Angriff, genau wie sein drittes Opfer, das er nur zwei Monate danach nachts in einem Park attackiert. Auch diese beiden Frauen gehen direkt zur Polizei, doch auch sie können keine Hinweise geben, die der Polizei bei der Identifizierung des Täters helfen könnten. Allerdings behaupten sie, dass der Täter nach dem Angriff versucht hätte, sich mit ihnen anzufreunden und sie zu weiteren Treffen zu überreden. In der folgenden Zeit, ziemlich genau alle zwei Monate, sucht Lin sich weitere Opfer. Am 4. Dezember 1992 greift er eine Frau im Dorf Kanzing an, als sie in der Nacht ihr Apartmentgebäude betritt und wirkt sie von hinten. Am 24. Februar 1993 kehrt er in das Gebäude zurück, in dem er exakt zehn Monate zuvor sein erstes Opfer überfallen hatte, das überlebt hat. Er plant, dort erneut eine Frau im Fahrstuhl zu überfallen. Es trifft eine 50-Jährige, die gerade vom Mayong-Spielen zurückgekehrt ist. Während bislang alle seine Opfer überlebt haben, erwürgt Lin die Frau mit äußerster Gewalt und stiehlt anschließend ihre Wertgegenstände. Auch im Dorf Kanzing schlägt er erneut zu. Er überfällt dort zwei Monate später eine 22-jährige Frau, die nachts nach der Arbeit aus der Disco kommt. Nach dem Angriff versucht er, wie auch bereits zuvor, eine Art freundschaftliche Beziehung zu seinem Opfer aufzubauen, was natürlich erneut nicht funktioniert. Dieses Mal macht Lindy's so wütend, dass er auch diese Frau mit bloßen Händen erwürgt. Mittlerweile arbeitet die Polizei mit Hochdruck daran, den Täter zu finden. Die meisten der Überfälle geschehen in Korridoren oder Fahrstühlen von Apartmenthäusern, geht die Polizei direkt von einem Serientäter aus, was kurz darauf bestätigt wird, als die Spuren mehrerer der Taten ausgewertet sind. Überall wurde DNA-Material der gleichen Person gefunden. Aber es gibt immer noch keine konkrete Beschreibung des Täters. Natürlich sind die Überfälle in der ganzen Gegend das Gesprächsthema. Viele Frauen, vor allem die, die nachts arbeiten müssen, haben große Angst. Auch Lin ist es nicht entgangen, dass die Polizei in der Umgebung plötzlich große Präsenz zeigt. Er entscheidet sich kurzerhand, zu seiner Schwester in den Bezirk Hongholm zu ziehen. Dort setzt er seine Tatserie fort. Am 24. Mai 1993 überfällt er dort eine 23-Jährige auf offener Straße. Sie beginnt, auf ihn einzuschlagen und Lin erwürgt sie, damit niemand auf sie aufmerksam wird. In der folgenden Zeit überfällt er weitere Frauen in seinem neuen Wohngebiet und zwingt sie zu bestimmten Handlungen. Am 5. August fällt ihm eine 21-jährige Frau zum Opfer. Sie überlebt, doch bevor er sie gehen lässt, zwingt Lin sie ihm, ihm ihre Telefonnummer zu geben. Offenbar rechnet er sich Chancen aus, auf diesem Weg eine freundschaftliche Beziehung aufbauen zu können, indem er seine Opfer einfach zu weiteren Treffen zwingt. Am nächsten Tag wird die Frau, die natürlich keinerlei Interesse an einem erneuten Zusammentreffen mit Lin hat, von ihrem Bruder zur Polizei begleitet, um den Vorfall zu melden. Als die Polizei erfährt, dass der Täter die Telefonnummer der Frau hat, beschließt sie, sie als Lockvogel zu benutzen. Tatsächlich ruft Lin die Frau noch am gleichen Tag, also direkt am Tag, nachdem er sie überfallen hatte, an und lädt sie ein, mit ihm ins Kino zu gehen. Sie willigt ein und während sie sich mit Lin trifft, werden die beiden von zahlreichen Polizisten aus dem Hintergrund beobachtet, die kurz darauf einen Zugriff machen und Lin festnehmen können. Durch einen DNA-Test wird bestätigt, dass er tatsächlich alle der Taten, also acht Übergriffe auf Frauen sowie drei Morde begangen hat. Während er die Übergriffe zugibt, bestreitet er die Morde. Doch durch den DNA-Beweis ist er eindeutig überführt. Er wird für jede seiner elf Taten, also elfmal, zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Frank Gust wird im Jahr 1969 in Oberhausen als Jüngerer von zwei Brüdern geboren. Wenige Monate nach seiner Geburt lässt seine Mutter sich scheiden, da der Vater ein Alkoholproblem hat. Da er jedoch keinen Unterhalt zahlen kann, muss seine Mutter voll arbeiten gehen und gibt Frank jede Woche von montags bis samstags in ein Säuglingsheim. Ein paar Jahre später zieht die Familie mit Franks Großmutter zusammen und als er acht ist, heiratet seine Mutter erneut. Frank ist sehr schüchtern und wird oft von den anderen Kindern gemobbt. Es hat auch einige Übergriffe bestimmter Art seitens anderer Kinder gegenüber Frank gegeben. Vom neuen Mann seiner Mutter wird er extrem streng behandelt. Er wird regelmäßig durchsucht und hart bestraft, wenn er sich daneben benimmt. Bereits im Alter von acht Jahren beginnt Frank damit, Tiere zu quälen und zu töten, beginnt mit einem Meerschweinchen, das er einem Mitschüler abgekauft hatte. Seine Großmutter hatte ihm verboten, das Tier zu behalten und auf ihr Anraten bringt der Junge es um. Auf die weiteren Handlungen dieser Art werde ich aufgrund der Grausamkeit gegenüber Tieren nicht weiter eingehen, nur, dass Frank später selbst erklärte, dass dieser Mord und das Berühren des toten Meerschweinchen etwas bei ihm auslöste, was ihn dazu gebracht hatte, in den folgenden Jahren, wie er selbst sagt, mehrere hundert, aber weniger als tausend Tiere umzubringen. Dies reicht ihm allerdings bald nicht mehr. Mit etwa 13 Jahren beginnt er, in Leichenschauhäuser einzubrechen, dort Leichen aufzuschlitzen und bestimmte Handlungen an ihn vorzunehmen. Dann findet Frank eine Freundin, Eisel, mit der er zusammenkommt. Dies hindert ihn jedoch nicht daran, seine Fantasien weiter auszuleben. Im Alter von 24 Jahren bringt er ein Pferd um, eine Fantasie, die er bereits seit Jahren hatte. Doch während seiner Taten an den Tieren stellt er sich immer wieder die Frage, wie es sei, diese Handlungen an einem Menschen zu begehen. Dann, im Jahr 1994, findet er es heraus. Im April nimmt er eine Anhalterin mit, die 28-jährige Catherine Thompson aus Südafrika. Als er am Straßenrand stoppt, denkt er zunächst, dass er für einen Mann angehalten hat. Erst als Catherine näher kommt, sieht er, dass es sich um eine Frau handelt. Da niemand gesehen hat, wie Catherine in sein Auto eingestiegen ist, bestießt Frank spontan, die Situation zu nutzen. Er hält kurz auf einem Parkplatz an und tut dort so, als hätte er seinen Autoschlüssel verloren. Als Catherine ihm suchen hilft, erschießt er sie von hinten mit seinem Jagdgewerb, das er immer dabei hat. Frank hat natürlich einen Jagdschein gemacht, um noch mehr Tiere umbringen und ihre Eingeweide mit nach Hause nehmen zu können. Nachdem er Catherine umgebracht hat, verstümmelt er ihre Leiche, weidet sie aus und zerlegt sie in mehrere Teile. Einige der Teile versteckt er, doch den Rest lässt er in der Öffentlichkeit zurück, ohne zu versuchen, sie irgendwie zu verbergen. Kurz danach erzählt er auch seiner Freundin Eisel, dass er eine Frau umgebracht hätte. Er zeigt ihr einige Teile von Catherines Leiche, die er versteckt hatte. Doch Eisel geht nicht zur Polizei, sondern behält Franks Geheimnis für sich. Einige Zeit später erwähnt er sogar gegenüber seiner eigenen Mutter, eine Frau ermordet zu haben, doch sie nimmt ihn überhaupt nicht ernst. Nach seiner Trennung von Eisel heiratet Frank etwa 1993 eine andere Frau. Sie weiht er nicht in seine Taten ein. Die beiden bekommen eine Tochter und Frank trägt überall stolz sein Baby herum. Am 22. Oktober 1996 ermordet Frank die 34-jährige Svenja Dittmar, die im Rotlichtmilieu tätig ist. Nachdem er sie in einen Wald mitgenommen hat und bestimmte Handlungen mit ihr ausgeführt hat, schießt er sie in den Kopf. Als er anschließend versucht, ihren Kopf abzutrennen, bemerkt er, dass sie noch lebt, doch Frank macht einfach damit weiter, ihr den Kopf abzutrennen. Ihre Leiche lässt er auf einem Feldweg bei Willig zurück, ohne sie zu verstecken. Den Kopf seines Opfers wirft er in den Rhein. Einige Teile der Leiche nimmt er mit nach Hause. Auf den Täter findet die Polizei damals keinen Hinweis. Währenddessen beschäftigt sich Frank im Keller seines Hauses mit den Teilen der Leiche, die er mitgenommen hat. Er experimentiert damit herum und hat sie gerne in den Händen. Er denkt ständig daran, in aufgeschnittene Körper hineinzufassen und die Innereien zu berühren. Er stellt sich vor, komplett darin einzutauchen. Seiner Frau und seiner Tochter hat er inzwischen strengstens verboten, den Keller zu betreten. Doch im Jahr 1998, bereits rund vier Jahre nachdem Frank seine erste Tat vor seiner Mutter erwähnt hatte, erzählt sie der Tochter ihres Ex-Mannes davon. Auch sie hält dies für absurd und will nicht daran glauben. Franks nächstes Opfer ist die 47-jährige Gerlinde, die Tante seiner eigenen Ehefrau. Er bringt sie im April 1998 um, möglicherweise, da sie etwas zu ahnen schien und ihm damit drohte, ihn anzuzeigen. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Opfern versteckt er ihre Leiche und sie wurde bis heute nicht gefunden. Aus irgendeinem Grund verändert sich nach dieser Tat Franks Hauptinteresse. Es sind nun nicht mehr Eingeweide und Innereien, sondern plötzlich beschäftigt er sich gedanklich ausgiebig damit, wie er sein Opfer möglichst lange und grausam misshandeln kann. Seine nächste Tat plante er daher akribisch und er kauft in Vorbereitung darauf eine Menge Dinge ein, wie Klebeband, Kabelbinder, Handschuhe und so weiter. Am 20. Juni 1998 lädt Frank die 30-jährige Sandra aus der Wiesche in sein Auto ein. Auch sie ist im Rotlichtmilieu tätig. Frank verspricht ihr Geld dafür, dass sie sich von ihm fesseln lässt. Sie willigt ein und er fesselt sie im Auto mit Spanngurten und Handschellen. Dann beginnt er, sie zu misshandeln, sie mit Feuerzeugen zu verbrennen, zu beißen und so weiter. Nach mehreren Stunden tut er so, als würde er sie nun freilassen wollen. Er löst ihre Fesseln, doch er kann die Handschellen, die er ihr angelegt hat, nicht öffnen. Er lässt sie mit den Handschellen aus dem Auto aussteigen und sagt ihrem, dass sie gehen soll. Als Sandra sich vom Auto entfernt, schießt Frank ihr in den Rücken und tötet sie. Anschließend schneidet er ihre Hände ab, da er die Handschellen immer noch nicht abbekommt, und er wirft sie in den Wald. Dadurch, dass auch ihre Leiche ausgeweidet in der Öffentlichkeit gefunden wird, wird Frank mit Jack Ripper verglichen, der auch seine Opfer mit haarsträubenden Verstümmelungen mitten auf den Straßen zurückgelassen hatte. Frank bekommt den Namen der Rhein-Ruhripper verpasst. In der Zwischenzeit ist die Tochter des Ex-Mannes der Mutter allerdings extrem misstrauisch geworden. Nachdem sie zunächst die Geschichte, dass Frank jemanden umgebracht hätte, genauso wenig wie seine Mutter glauben wollte, geht es ihr seit Gerlindes Verschwinden nicht mehr aus dem Kopf, dass Frank etwas damit zu tun haben könnte. Schließlich geht sie zur Polizei und nun endlich rückt Frank Gust in den Blickpunkt der Ermittler. Nach seiner Festnahme gesteht er seine Taten, aber er zieht sein Geständnis kurz darauf zurück. Es werden allerdings einige Beweise gefunden, die ihn als Täter überführen können, unter anderem finden die Ermittler auf seinem Computer eine Auflistung der Dinge, die er für seine letzte Tat, die er ja sorgfältig geplant hatte, benötigte. Frank wird zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Zunächst ist er in einem Gefängnis, in dem er Therapie erhält, durch diese bricht er selbst nach nur sechs Monaten ab, mit der Begründung, dass er nicht therapierbar sei. Er befindet sich seitdem im regulären Vollzug, wo er darum gebeten hatte, lebenslang verwahrt zu werden, da er, wie er selbst sagt, bei einer Freilassung erneut eine Gefahr für andere darstellen würde. Bislang hat er aber keine lebenslängliche Sicherheitsverwahrung bekommen. Nach seiner Festnahme hatte er gesagt, dass es sein größter Wunsch sei, einer sterbenden Frau ans pochende Herz zu fassen. Seiner Ex-Frau schreibt er aus dem Gefängnis, dass er eine dunkle Seite hätte und dass ihm jedes Mal, wenn er eine Frau gesehen hätte, die er als hübsch empfunden hätte, das Wort Schlachtvieh durch den Kopf gegangen sei. Darauf seien dann immer sofort konkrete Fantasien gefolgt, wie er die Frauen quälen und umbringen wollte. Inzwischen hat Frank wieder geheiratet und er möchte nun doch im Jahr 2026 nach dem Absitzen seiner lebenslänglichen Freiheitsstrafe entlassen werden. Am 31. Dezember 2007 wird die 43-jährige Kade Kempana aus Bangalore, sie nutzt meist den Namen Malika, nach dem Tipp eines Bekannten festgenommen. Die Polizei verdächtigt sie, für den Tod mindestens einer Frau verantwortlich zu sein. Bereits kurz nach ihrer Festnahme gesteht Malika die Tat und gibt der Polizei umfangreiche Auskunft über ihr Vorgehen. Sie hatte sich bereits eine Weile zuvor mit einer Frau namens Nagaveni aus Alala Sandra angefreundet, die sie in einem Tempel kennengelernt hatte. Nagaveni wünscht sich ein Kind, hatte aber bisher keinen Erfolg. Malika hatte ihr versprochen, eine spezielle Zeremonie mit ihr durchzuführen, damit sich ihr Kinderwunsch erfüllt. Am 18. Dezember, also weniger als zwei Wochen vor ihrer Festnahme, fordert sie Nagaveni auf, frühmorgens in einen Tempel in Dodda-Balapur zu kommen. Zu dieser Zeit ist außer den beiden niemand dort. Malika bereitet die Zeremonie vor und gibt Nagaveni in diesem Rahmen Wasser zu trinken. Da sie das Wasser zuvor mit einer großen Menge Zyanid versetzt hatte, setzen die Symptome bei Nagaveni in sehr kurzer Zeit ein und sie stirbt im Tempel. Malika nimmt den gesamten Schmuck der Frau an sich und macht sich aus dem Staub. Da Nagaveni offenbar Bekannten erzählt hatte, mit wem sie sich treffen will, geht schließlich der Tipp gegen Malika bei der Polizei ein. Doch während ihres Verhörs beschreibt Malika nicht nur die Tat an Nagaveni, sondern sie bestätigt, was die Ermittler bereits vermutet hatten. In den letzten acht Jahren wurden sechs weitere Frauen tot in oder in der Nähe von Tempeln aufgefunden. Im Jahr 1999 war Malika noch verheiratet und hatte mit ihrem Mann drei Kinder im Teenageralter. Ihr Mann ist Schneider und Malika hatte gelegentlich Jobs als Haushaltshilfe. Doch dann hatte sie eine Menge Geld bei einem Kreditsystem, mit dem sie und ihr Mann eigentlich zusätzlich Geld verdienen, verloren. Um wieder zu Geld zu kommen, hat sie dann Schmuck gestohlen, ist verhaftet und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Dies bewegt ihren Mann dazu, sie im Jahr 1999 hinauszuwerfen. Um anschließend ihren Lebensunterhalt zu sichern, beginnt sie, Frauen in Tempeln zu beobachten und ihnen dann ihre Hilfe anzubieten. Da viele der Frauen zum Beispiel um Arbeit oder wie ihr letztes Opfer Nagaveni um ein Kind beten, verspricht sie ihnen jedes Mal, ein Ritual durchzuführen, das bei der Erfüllung helfen soll. Dann verabredet sie sich an einem anderen Tag mit ihnen in einem abgelegenen Tempel, den sie natürlich jedes Mal zuvor ausgekundschaftet hat und trägt ihnen auf, ihren besten Schmuck zu tragen, damit das Ritual die beste Wirkung hätte. Am 19. Oktober 1999 lockt sie ihr erstes Opfer, die 30-jährige Mamata Rajan, in einem Tempel in Hoskote, wo sie sie vergiftet. Im Dezember 2006 vergiftet sie die 23-jährige Renuka aus Chintamani in einem Gästehaus in Kola, während ihr Mann auf Geschäftsreise ist. Nach Malikas Festnahme können die Mitarbeiter des Gästehauses dort bestätigen, dass Malika in der gleichen Nacht ein Zimmer gebucht hatte wie Renuka. Bevor Nagaveni zu ihrem letzten Opfer wird, vergiftet sie noch vier weitere Frauen nach dem bewährten Muster. Damit die Polizei nicht auf ihre Spur kommt, benutzt Malika nach jeder Tat einen anderen Vornamen. Einige Male bittet sie die Frauen allerdings nicht darum, das vergiftete Wasser zu trinken, sondern sie sagt ihnen, sie sollen zum Gebet ihre Augen schließen. Als sie dies tun, reißt Malika ihnen den Kopf an den Haaren zurück und schüttet ihnen das Wasser in den Mund. Die Polizei kann nachweisen, dass Malika das Gift, das sie verwendete, Jahre zuvor in einem Laden für Goldpolitur erhalten hatte. Malika wird für mehrere ihrer Taten zum Tod verurteilt, doch ihre Strafe wird nur vier Monate nach dem Urteil in eine lebenslängliche Haftstrafe umgewandelt, da es, abgesehen von ihrem Geständnis, keine eindeutigen Beweise gibt, die ihr die Taten mit Sicherheit nachweisen können. Kade Kempana, die von der Presse Syanit Malika genannt wird, wird als erste Serienmörderin Indiens bezeichnet. Winko Pinterich wird im Jahr 1941 in Bielova in Kroatien geboren. Während des Krieges muss die Familie mit ansehen, wie der Vater von Agenten der Abteilung für den Schutz der Menschen verprügelt und dann verschleppt wird. Er kehrt nie zurück. Gerüchten zufolge wurde er bereits am Tag nach seiner Gefangennahme erschossen. Der neue Mann seiner Mutter hänselt Winko und er beginnt, einen Hass auf Menschen zu entwickeln. In seiner Jugend steigert sich sein Interesse an Schusswaffen. Winko heiratet, doch er hat Probleme mit der Familie seiner Frau und nach nur wenigen Monaten Ehe attackiert er sie während eines Streits. Sie zeigt ihn an und er muss für einige Monate ins Gefängnis. Nach seiner Scheidung von ihr heiratet er kurz darauf eine andere Frau. Sie bringt ein Kind mit in die Ehe. Eine Zeit lang läuft das Familienleben gut. Sie bauen ein Haus in Sabok und bekommen eine Tochter. Doch Winko verspürt immer noch die Wut und den Hass, den er bereits als Jugendlicher entwickelt hatte. Am 26. April 1973 erhält er eine Absage von einem Arbeitgeber, bei dem er sich beworben hatte. Daraufhin geht Winko sich erstmal betrinken. Auf dem Heimweg von der Bar trifft er einen Nachbarn und gerät prompt in einen Streit mit ihm. Winko holt eine seiner Pistolen aus dem Haus und er schießt seinen Nachbarn kurzerhand mitten auf der Straße. Auch seinen Vermieter verletzt er mit einer Kugel. Anschließend flüchtet er und hält sich 18 Tage lang in einem Versteck auf, bevor er sich schließlich selbst bei der Polizei stellt. Zunächst kommt er in eine psychiatrische Klinik, um seine Zurechnungsfähigkeit feststellen zu lassen. Vier Monate später, am 18. September, entkommt er von dort. Er weiß nicht, wo er hin soll, denn er ist überzeugt, dass seine Frau mit der Polizei zusammenarbeitet und sie benachrichtigen wird, falls er bei ihr auftaucht. Am 24. Oktober trinkt er eine extreme Menge Alkohol und macht sich auf den Weg zum Haus seines Bruders. Sein eigenes Haus, in dem seine Frau noch lebt, liegt direkt nebenan. Durch das Fenster im Haus seines Bruders erschießt er seine Frau. Völlig betrunken flüchtet er. Als er am nächsten Morgen aufwacht, weiß er nicht mehr, was geschehen ist. Erst nachdem er mitbekommt, dass die Leiche seiner Frau gefunden wurde, erinnert er sich wieder daran, sie in der Nacht zuvor erschossen zu haben. Wieder flüchtet er, doch vier Monate später wird er von der Polizei ausfindig gemacht und festgenommen. Nachdem er zunächst die Todesstrafe erhält, wird seine Strafe schließlich in eine 20-jährige Haftstrafe umgewandelt. Er führt sich sehr gut im Gefängnis und nach acht Jahren Haft möchte er einen Hafturlaub beantragen, doch einige Zeit zuvor hatte er vor den Wärtern einige Drohungen seinen ehemaligen Nachbarn gegenüber ausgesprochen. So wird sein Hafturlaub nicht genehmigt. Winko ist frustriert. Am 21. Februar 1982 nützt er eine günstige Gelegenheit und schreibt seinen Namen auf eine Liste von Insassen, die an diesem Tag einen Freigang haben. Tatsächlich gelingt Winko so die Flucht aus dem Gefängnis. Fünf Tage später schreibt er einen Brief an seinen Anwalt, in dem er weitere Taten ankündigt. Er hat Unterstupf bei einer früheren Bekannten, Barbara Schipek, gefunden, die im Dorf Andrasiewicz lebt. Kurz nachdem er bei ihr einzieht, geht sie bereits mit ihm auf Diebestouren. Doch den Dorfbewohnern bleibt es nicht lange verborgen, dass Winko ein berüchtigter, gesuchter Mörder auf der Flucht ist. Zunächst halten alle dicht, doch ein Jahr später, im April 1983, steht plötzlich die Polizei bei ihm vor der Tür. Barbara, die die Tür öffnet, wird direkt festgenommen. Winko rennt währenddessen mit einer geladenen Schrotflinte ins Nachbarhaus der Familie Kugel. Dort droht er, mehrere Personen zu erschießen, falls Barbara nicht sofort wieder freigelassen wird. Doch er hat nicht mit seinem Nachbarn gerechnet. Er greift Winko mit einem Beil an und verletzt ihn schwer an der Hand, woraufhin er ihn überwältigen kann. So wird auf Winko festgenommen. Er erhält erneut eine Haftstrafe von 20 Jahren. Als er sechs Jahre später einen Tag Ausgang hat, kehrt er abends einfach nicht zurück. Erneut ist der gefürchtete Täter auf freiem Fuß. Er bricht den Lagerhütten in der Nähe seines früheren Wohnortes Zabok ein, wo er heimlich übernachtet. Er wird allerdings mehrfach gesehen und die Polizei beginnt, Besitzer von weiteren Hütten zu befragen, darunter auch einen Mann namens Rudolf Berliner. Dies bekommt Winko mit und er erschießt Rudolf wenige Tage später. Dann kehrt er zurück nach Andrasiewicz, wo er einen anderen Nachbarn von Barbara, der ihn mal ein Huhn gestohlen hatte, erschießt. Einige Monate später erschießt er noch einen weiteren Mann. Zweimal geht Winko fast der Polizei ins Netz, doch er schießt jedes Mal um sich und kann wieder flüchten. Erst im Mai 1991 nimmt die Sache schließlich ein Ende, als die Polizei die Information bekommt, dass Winko regelmäßig eine Frau in Lepoglav besuchen würde. Sie beginnt, dieses Haus zu observieren und schließlich sehen sie Winko tatsächlich dort eintreffen. Die Polizei umstellt sofort das Haus und fordert Winko auf, sich zu ergeben, doch wieder mal eröffnet er das Feuer. Er fordert seinen Anwalt vor Ort an. Der kommt auch vorbei, doch die Polizei erlaubt ihm nicht, ins Haus zu gehen. Dies macht Winko wütend. Da er sich nach einigen Stunden immer noch nicht ergeben hat, leitet die Polizei Tränengas ins Haus ein. Dies regt Winko so auf, dass er seiner neuen Freundin in den Bauch schießt. Auch auf die Polizei eröffnet er erneut das Feuer. Schließlich stürmen mehrere Polizisten das Haus und einer von ihnen schießt Winko in den Kopf, wodurch er sofort getötet wird. Seine Freundin überlebt ihre Schussverletzung. Robert Baumeister wird im Jahr 1946 in Indianapolis in den USA als Ältestes von vier Kindern geboren. Während seine Kindheit normal verlaufen sein soll, wird er als Jugendlicher auffällig. Er nimmt tote Tiere mit nach Hause und spielt mit ihnen. Einmal uriniert er auf den Schreibtisch seines Lehrers. Kurz darauf wird er als Schizophren diagnostiziert, doch er erhält keinerlei medizinische Behandlung. Nachdem er sein erstes Studium abbricht, besucht er zwei Jahre später erneut die Universität und kurz danach lernt er eine Frau, Juliana Sater, kennen, die er im Jahr 1971 im Alter von 25 Jahren heiratet. Die beiden bekommen drei Kinder. Herbert hat keine feste Arbeit und ernährt seine Familie durch wechselnde Gelegenheitsjobs. Im Jahr 1992 erscheint dann ein Mann auf einer Polizeistation, der behauptet, dass ein anderer Mann mit dem Namen Brian Smart einen Freund von ihm umgebracht hätte. Er vermutet dies, nachdem er Brian Smart selbst in einer Bar kennengelernt und ihn nach Hause begleitet hatte. Dort hätte Brian bei einem intimen Spiel versucht, ihn mit einem Gartenschlauch zu erwürgen. Die Polizei kommt dem mutmaßlichen Täter jedoch nicht auf die Spur. Sie kann keinen Mann mit dem Namen Brian Smart finden. Allerdings ist auch ihnen nicht entgangen, dass in der letzten Zeit außerordentlich viele junge Männer in der Gegend verschwunden sind. So hält sie den Mann an, sie dringend darüber zu informieren, falls er Brian Smart erneut sehen sollte. Bis dahin vergehen drei Jahre. Als der Mann abends eine Bar besucht, sieht er dort plötzlich Brian Smart und er verfolgt ihn anschließend in seinem Auto. Nun kann er der Polizei das Nummernschild von Brian nennen, die dann feststellt, dass es sich bei Brian Smart tatsächlich um Herbert Baumeister handelt. Als sie ihm einen Besuch abstattet, wollen weder er noch seine Frau sie hineinlassen. Aufgrund noch fehlender Beweise bekommt die Polizei zunächst aber keinen Durchsuchungsbefehl, so dass fast ein weiteres Jahr vergeht, bis sie schließlich die Möglichkeit bekommt, das Haus der Baumeisters unter die Lupe zu nehmen. Juliana ist in der letzten Zeit bereits extrem irritiert vom Verhalten ihres Mannes gewesen, der sich in den letzten Jahren immer irrationaler verhalten hat. Nachdem sie dann noch von der Polizei erfahren hatte, dass Herbert in mehreren vermissten Fällen junger Männer als Verdächtiger gilt, hatte sie schließlich wenige Monate später die Scheidung eingereicht. Nun meldet sie sich bei der Polizei und stimmt einer Durchsuchung ihres und Hurberts Hauses zu. Die Polizei nutzt die Möglichkeit, als Herbert sich gerade im Urlaub befindet. Sie findet dort auf dem Grundstück vergraben die Überreste von elf Männern. Hurberts Frau berichtet, dass eins ihrer Kinder bereits Jahre zuvor einmal einen menschlichen Schädel auf dem Grundstück gefunden hatte und dass Herbert behauptet hätte, dass dies sein verstorbener Vater sei, der seinen Körper nach seinem Tod zu Untersuchungszwecken gespendet hätte. Nach zahlreichen DNA-Tests von Angehörigen vermisster Männer können acht von ihnen eindeutig identifiziert werden. Drei der Opfer bleiben leider unbekannt. Noch bevor Herbert festgenommen werden kann, flüchtet er nach Ontario, wo er wenig später tot in einem Park mit einer Schussverletzung im Kopf aufgefunden wird. Es gibt keine Fremdeinwirkung. So fehlt eine Aussage des mutmaßlichen Serienmörders zum genauen Hergang der Taten und zu seiner Motivation. Zusätzlich zu den elf Männern, die auf seinem Grundstück vergraben waren, wird er zwölf weiteren Morden verdächtigt. Anfang der 80er wurden immer wieder Leichen von Männern an der Interstate-7-Team zwischen Indianapolis und Columbus gefunden. Ein Zeuge, der eines der späteren Opfer mit einem anderen Mann gemeinsam eine Bar verlassen sehen hat, identifiziert seinen Begleiter später als Herbert-Baumeister. Der Mann ist genau wie die anderen Opfer, die an der Interstate gefunden wurden, und genau wie die Männer, die auf Herberts Grundstück gefunden wurden, stranguliert worden. 18 Jahre später werden bei erneuten Durchsuchungen des ehemaligen Grundstücks der Baumeisters weitere menschliche Überreste gefunden, sowie mehrere Stellen, die damals noch nicht gründlich untersucht worden seien. Es ist also tatsächlich möglich, dass die Anzahl seiner Opfer noch steigen wird. Es finden außerdem immer noch DNA-Tests statt, um festzustellen, wer die bislang unidentifizierten Opfer von ihm sind. Im Dezember 1944 wird Damaso Rodriguez-Martin in dem kleinen Ort Elbatan auf Teneriffa geboren. Er hat noch vier Brüder und seine Familie, die in eher einfachen Verhältnissen lebt, bemüht sich darum, allen ihren Söhnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Doch bereits als er 17 ist, wird Damaso wegen Diebstahls festgenommen und muss für ein Jahr ins Gefängnis. Anschließend geht er zum Militär und verbringt in diesem Rahmen eine Zeit lang in der Westsahara. Dann kehrt er nach Teneriffa zurück und heiratet 1967 im Alter von 22 Jahren eine Frau namens Mercedes. Er zieht mit ihr nach Las Mercedes in San Cristobal und die beiden bekommen zwei Töchter. Doch Damaso ist oft gewalttätig gegenüber seiner Frau und verprügelt sie. Er hat ein Hobby, das ihn nicht loslässt. Er wandert überall auf der Insel herum und versteckt sich in der Nähe von Aussichtspunkten an Wanderwegen. Aus seinem Versteck heraus beobachtet er dann Paare bei intimen Handlungen. Doch er hat noch weitere Gedanken und am 11. November 1981 setzt er sie zum ersten Mal in die Tat um. Ein junges Paar, Baldomero Rodríguez Suárez und Maria de los Andriles, hat mit seinem Auto in der Gegend von El Mocinal angehalten. Damaso beobachtet die beiden in ihrem Fahrzeug. Er hat eine Pistole dabei, die er eine Weile zuvor einem Bekannten gestohlen hatte, der beim Militär ist. Schließlich erschießt er zunächst Baldomero, zehrt ihn vom Fahrersitz nach hinten ins Auto und fährt anschließend mit seiner Leiche und mit seiner Frau bis zum Jano des Viejos. Dort zwingt er sie zu bestimmten Handlungen. Baldomeros Leiche und Maria, die den Angriff überlebt hat, lässt er dort in ihrem eigenen Wagen zurück. Die Polizei beginnt sofort, die Anwohner der Umgebung zu befragen und nach einer Person Ausschau zu halten, die sich gut in den Bergen auskennt. Da Damassus voyeuristische Aktivitäten bereits mehreren Einheimischen aufgefallen sind, dauert es nicht lange, bis er als Mordverdächtiger gilt. Bei seiner Befragung gesteht er die Tat und wird kurz darauf zu 55 Jahren Haft verurteilt. Doch im Januar 1991, nach fast neun Jahren Gefängnis, kehrt er nach einem dreitägigen Hafturlaub nicht ins Gefängnis zurück. Er ist inzwischen 46 Jahre alt. Zunächst sucht er seine Frau auf und verprügelt sie heftig. In den Tagen danach beschließt er, seine Frau und seine inzwischen 16 und 18 Jahre alten Töchter zu ermorden. Doch sie halten sich nun, nach dem Angriff auf seine Frau, nicht mehr in seinem Haus in das Mercedes auf. Eines Nachts hören die Eltern seiner Frau nachts Schritte vor dem Haus und sehen Damaso dort weglaufen. Seine Frau und seine Töchter sind allerdings nicht dort gewesen und so hält er sich einen Monat lang in den Bergen von Anaga versteckt und beobachtet zwischendurch den Ort, um herauszufinden, wo seine Familie sich nun aufhält. Am 23. Januar wird die Leiche eines deutschen Urlaubers, dem 82-jährigen Karl Flick, auf einem Wanderweg bei El Solis, gefunden. Ihm wurde mehrfach ins Gesicht geschossen. Am nächsten Tag wird auch die Leiche seiner 87-jährigen Frau gefunden, in einer schwer zugänglichen Bergregion von El Mokinal. Sie ist gefesselt, weist Spuren bestimmter Handlungen auf und ist ebenfalls erschossen worden. Da Damaso ja nur wenige Tage zuvor aus dem Gefängnis geflohen ist, gilt er direkt als der Hauptverdächtige. Die Tat weist ja auch große Ähnlichkeit mit seiner Tat von 1981 auf. Eine Suche in der zerklüfteten Bergregion beginnt. Es ist extrem anstrengend für die Beteiligten, es ist heiß, steil und unwegsam und Damaso hat den Vorteil, dass er sich wirklich bestens in den einsamen Bergen auskennt. Bauern, die in abgelegenen Höfen wohnen, berichten davon, dass bei ihnen Lebensmittel gestohlen wurden. In mehreren Höhlen werden Reste davon gefunden. Damaso greift eine Frau in der Nähe eines Bergdorfes an, doch sie kann flüchten. Die ganze Umgebung hat Angst vor ihm. Viele der einsam lebenden Bauerfamilien befürchten, dass er bei ihnen auftauchen könnte und sie ihm ausgeliefert sind. Sogar die örtliche Schule wird für eine ganze Woche geschlossen, damit die Kinder nicht auf ihrem Weg dorthin auf den Täter treffen. Währenddessen konzentriert sich die Polizei auf die großen Karnevalsveranstaltungen, die in diesen Tagen auf der Insel stattfinden. Sie befürchten, dass Damaso in den Menschenmassen untertauchen und so aus der Gegend um Anaga flüchten könnte. Doch obwohl immer wieder Spuren auf ihn gefunden werden, wird er selbst nicht gefasst. Dann, am 19. Februar, kehrt eine Familie zu ihrem Haus bei El Solis zurück. Sie bemerken sofort, dass die Tür aufgebrochen wurde und bekommen es mit der Angst zu tun, denn Damaso ist ja immer noch auf freiem Fuß. Sie verständigen zu ihrem Glück direkt die Polizei. Damaso, der sich tatsächlich in dem Haus befindet, hat einen Fehler gemacht. Das Haus ist sehr klein und besteht nur aus zwei Räumen. Die Fenster beider Räume sind vergittert. Da das Haus auch nur eine Tür hat, hat er keine Möglichkeit zu flüchten. Als die Polizisten der Guardia Civil das Haus betreten, eröffnet Damaso das Feuer mit einer Schrotflinte. Die Polizisten schießen zurück und Damaso wird schließlich tödlich getroffen, wobei es unterschiedliche Darstellungen dazu gibt, ob er von einem Polizisten getroffen wurde oder ob die Kugel aus seiner eigenen Waffe stammte. Damaso wird unter der Bezeichnung El Brujo de Tenerife, also der Hexenmeister von Tenerife bekannt. Dies waren mal wieder sieben Fälle von wirklich grausamen Serienmördern beziehungsweise einer Serienmörderin. Falls ihr auch Fälle von Serienmördern oder Serienmörderinnen kennt, die ihr gerne in einem solchen Video sehen wollt, lasst mir gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen, denn dadurch kann das Video von mehr Leuten gesehen werden. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Dankeschön fürs Anschauen, bis gleich! Los Angeles dos Untertitelung des ZDF, 2020